Wir nehmen die Stadt ein. Trefft euch mit den Brüdern, die sich für den Angriff sammeln. Kämpft gut oder sterbt gut. Talos sei mit euch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt geht es ums Ganze, Männer. Sie sagen, unsere Sache sei Unrecht. Wir schimpfen uns als Diebe, Halunken und Mörder. Wir sind Bauern. Wir sind Handwerker. Wir sind die Söhne und Töchter von Ladenbesitzern, Dienstmädchen und Soldaten. Wir sind die Söhne und Töchter von Himmelsrand. Und wir sind nur so weit gekommen, weil unsere Sache gerecht ist, weil wir vereint kämpfen und weil unsere Herzen vor Zorn schier bersten. Was wir hier und heute tun, tun wir für unser Land, für alle wahren Nord von Himmelsrand. Mauern von Weißlauf sind hoch, aber auch alt und brüchig. Genau wie das Kaiserreich, dessen Armeen geschützt. Ihre beiden Gaben behindern uns, aber wir werden erst sie und dann die Kaiserlichen hinter ihnen zerschmettern. Unser Ziel ist zu. Wenn wir sie herunterlassen können, gehört die Stadt uns. Alle zu mir auf mein Kommando. Zeigen wir diesen kaiserlichen Milchtränker, wie echte Nord aussehen. Wir werden diesen ungläubigen Hunden zeigen, wem dieses Land gehört. Wir werden diesen ungläubigen Hunden zeigen, auszug auf uns. Das war's für heute. Oh Geh! Oh, okay, Knie! Oh, okay, Knie! Genug! Das reicht! Oh, okay, Knie! Oh, okay, Knie! Nein! Nicht so! Ich würde den Boden mit eurem Blut tränken. Hilfe! Jemand muss mir helfen. Ihren Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Ich werde da, und das schze ivre geschaut. Ja, ich werde das auf dem. Drog-Spray geht´s! Drog-Spray geht´s! Guck-Spray geht´s! Geh, Geh, Geh! Wir Graumähnen kämpfen schon seit vielen Jahren mit den Kampfgeborenen. Kein Feind ist erbitterter als ein alter Freund. Ihr habt es geschafft. Und ich war sicher, ich würde euch mit dem Gesicht nach unten im Dreck wiederfinden. Wir nehmen die Stadt ein. Hefft euch mit den Brüdern, die sich für den Angriff sammeln. Kämpft gut oder sterbt gut. Talos sei mit euch. Ich werde doch nicht zulassen, dass dieses Pakt meine Stadt erlösen kann. Er ist erobert, ohne selbst das Schwer zu ziehen. Ist das alles, was ihr... Genug. Das reicht. Ich ergebe mich. Ich ergebe mich. Frieden! Hört auf zu kämpfen! Das ist ein Befehl! Aufhören! Beinruf! Wigner Graumähne. Eure Familie war auf den Mauern auffällig abwesend. Jetzt weiß ich warum. Hätte ein Dolchstoß in den Rücken nicht gereicht... Glaubt ihr, das ist was Persönliches? Das Kaiserreich hat nichts mehr in Himmelsrand zu suchen. Jetzt nicht mehr. Und ihr? Ihr habt nichts mehr in Weißlauf zu suchen. Noch ist dies eine angenehme Position. Doch hört auf meine Worte, alter Mann. Bald wird die Rebellion Ulfrix Leuten über den Kopf wachsen. Und was dann? Wir brauchen das Kaiserreich ebenso sehr, wie das Kaiserreich uns braucht. Wir Nord sind das Kaiserreich. Unser Blut hat es errichtet. Unser Blut hält es am Leben. Gerade ihr solltet das... Ich kenne Leute wie euch, die immer nur herumschleichen. Wir haben es geschafft. Kaiserlichen glauben, dass wir gesetzlose Bestien sind. Dabei bin ich das personifizierte Gegenbeispiel. Bekämpfen sollten wir diese Hexenelfen. Nicht vor ihnen auf die Knie fallen. Der Kaiser ist... Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist so lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Fendt gezogen sind. Er braucht einen Jarl, der dasselbe tut. Sagt mir, Wigner, war es all das wert? Wie viele der Leichen, die unsere Straßen säumen, tragen die Gesichter von Männern, die euch einst ihren Freund nannten? Was ist mit ihren Familien? Schluss jetzt! Alle beide! Da draußen steht eine Stadt in Flammen, die regiert werden muss. Ah, er hat recht. Galmar, kommt. Lasst uns für Ordnung sorgen. Das ist noch nicht vorbei. Hört ihr mich, ihr alter Dummkopf? Das ist noch nicht vorbei. Und ihr? Ein Sturmmantel? Ich hätte mehr von euch erwartet. Ihr werdet diesen Tag alle noch einmal bereuen. Ich bin ziemlich sicher, dass ich mehr getötet habe als ihr. Ich habe mitgezählt. Geht nach Windhelm. Überrichtet Ulfric von unserem Sieg. Psst! Hey! Ich weiß, wer ihr seid. Lang lebe, Cities! Ashley! Ich weiß, wer ist ja? said er ist Gefahr. Ich weiß, wer wir sind irgendwo herausules. Wie ging hier auf? Merci! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir haben einen Spitzner. Ich bin im Palast eines Kochen und Trözen zuständig. Wir haben das Kaiservolk aus Weißlauf vertrieben. Das ist gut. Sehr gut. Jetzt kontrollieren wir das Zentrum. Das ist eine mächtige Position. Eine, die ich zu halten beabsichtige. Wir nennen euch jetzt Eisadern, denn das dicke Blut unseres Landes ist in euer Herz geflossen. Hier, nehmt dies. Das ist das Schwert eines kaiserlichen Offiziers. Eine passende Waffe, um sie gegen den Feind einzusetzen. Mit größeren Freiheiten werdet ihr uns vermutlich mehr nutzen. Also greift das Kaiservolk so an, wie ihr es für richtig haltet. Aber ich möchte außerdem, dass ihr unser verborgenes Lager in Falkenring findet. Galmar wird besondere Aufgaben für euch haben und wird euch brauchen, wenn wir die Hauptstadt befreien. Ihr werdet genau das tun, was Galmar euch befiehlt. Und für so viel Chaos wie möglich im Namen des Kaiserreichs und jedes Jahr sorgen, der es unterstützt. Talos möge euch leiden. Talos möge euch. 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 Okay. Okay.